Die erste Frage, die Luke stellt, war, wie geht es euch eigentlich, Jungs? Ja, uns geht es auch sehr gut und ich glaube, man sieht es euch auch an. Es ist wichtig, dass ihr 10 oder 12 gute Defenders in einem Team habt, glaube ich. Ja, alle müssen wir in defensiv und wissen unsere Regeln und sind bereit, zu defendern. Wir haben alle in unserem Roster bereit, zu defendern, deswegen versuchen wir die Tone zu setzen. Und alle hatten eine gute Nacht. Was sind deine Regeln in der Nacht? Die Regeln? Ich glaube, es ist nicht genug Zeit in der Nacht zu erklären, aber es gibt viele verschiedene Dinge. Wie Sie sehen, in general, wir wollen wirklich aggressiv in den Passing-Lines und machen die Offense Unkomfortabel und versuchen zu trafen, wenn wir eine Möglichkeit haben. Also, wir sprachen bisher über Defensive eigentlich und dass das eher der Schlüssel zum Sieg heute war, dass sie sehr aggressiv waren von Anfang an. Und dann habe ich auch die Regeln, die bei Alba da gelten, in der Defensive ihn angesprochen. Dann meinte er, es würde eigentlich die ganze Nacht dauern, wenn wir die jetzt durchgehen würden. Aber es ist schon so, dass heute bestimmte Sachen waren, die Passwege zu machen, den Gegnern eine Fall stellen und die umzingeln und im Prinzip dann auch einfach so viel Druck ausüben, dass die in der, er sagte, Unkomfortabel für die in der Offensive, dass die einfach keinen Spaß mehr haben am Spiel und nicht mehr gerne angreifen. Stefan, wie schwierig war es heute mit diesem sehr langen Break, nach fünf Minuten, für Sie und für die Team? Ich meine, es war anders, wenn wir nach dem Spiel spielen, aber wir versuchen, zu bleiben, zu bleiben, zu bleiben mit unseren Händen im Spiel und wir spielen gut nach dem Spiel. War es ein neues Start für den Spiel? Es fühlt sich so aus. Ja, es war lange, mehr als fünf Minuten, aber wir haben einen tollen Job, zu bleiben, zu bleiben, zu bleiben und zu bleiben gut. Für Sie war es vielleicht ein spezielles Spiel heute, weil Sie spielen gegen einige Team-Mates aus der Jugend-National-Team von Serbien? Ja, ja. Wie gesagt, ich spielte gegen sie. Wie war es gegen die Jungs? Ja, ich habe nicht so viel darüber gedacht, aber ich habe nur versucht, zu spielen und zu denken über meine Team-Mates. Und das ist alles. Und so, Sie kennen Sie die Weak-Sides ihrer Spiel? Ja, einige von ihnen, aber ja, einige von ihnen. Also, die Pause war natürlich ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe gesagt, Sie haben es aber sehr gut gemacht. Sie sind im Rhythmus geblieben, im Fokus, haben sich dann auch noch mal ein bisschen warm spielen können. Das war ganz gut. War dann wie so eine Art Neustart. Und dann habe ich mal gefragt wegen seiner Team-Kollegen aus der U20-Nationalmannschaft Serbiens. Es war natürlich für ihn deswegen auch ein bisschen ein besonderes Spiel. Und so ein bisschen kannte er natürlich auch ihre Schwächen. Wie groß ist der Spaß bisher schon in der Offensive zusammenzuspielen? So, how much is already the fun to play in offense together with Stefan? You know, honestly, I wish I had a different point guard. No, I'm just kidding. No, it's great. The way, you know, at such a young age to be able to see the court like he does. And, you know, for the ability to play the point guard at his size is, you know, something special. And, you know, in the short time we've been together, you know, just learning to play off each other is fun and it's only going to get better. And special is the role with you and Dennis Clifford together on the court. Yeah, big Dennis is always fun to play with. You know, the energy he brings and, you know, how big, you know, he's kind of the first true center I've really played with in my pro career. And, you know, to have a big body like that, that, you know, is behind you and helping you if you try and play the passing lines and, you know, trying to control the rebounds with him is, you know, it's fun. And that he's a good guy on top of it, you know, makes it way easier. You call him Big Dennis or everybody calls him? We call him Cliff, we call him Big D, we call him D-Money. D-Money? You can call him DJ also because he's Dennis John? Yeah, we, I mean, every day it's a new, I mean, we have different nicknames for everybody. Sometimes we don't call him, so. Yeah, sometimes we just leave him at home. Also, they have a lot of names for Dennis Clifford. I have all of them with him. Sometimes they don't call him anymore and leave him at home. Also, Dennis Clifford is a huge guy. And he said at the beginning, he would like to wish him a different point card. But he also loves Stefan Peno. Stefan, how important was this game for the development of the team? I mean, it was the Euro Cup game. That was a little bit different. It's not a German against German team. But we try to play our game. Don't think about that. And improve every day and on Friday another game. Looks like it works better and better. What is the main difference for you between the league and the Euro Cup? I think German league is way more stronger physically, faster. But we try to play good in the Euro Cup too. I don't know how to say that in English. How do you say it? Get used to the Euro basketball. How do you say it? Okay. 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 Weissenfels. 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 How do you think are you in it? What do you want to play as a small city as a small arena? Yeah. Well, thankfully you just whispered to me that it's a university town. So there's that there. But honestly I don't know. I can tell you any place in Spain. But, you know, Germany is an all new experience for me. So, I'm looking forward to getting to know each new spot. Würdest du in Arenas wie Sunday spielen, die sehr klein und klein sind, oder wie das hier? Die einzige, die ich gerne spielen möchte, sind die, wo die Fans rauskommen. Ich weiß nicht, ob es klein oder groß ist. Wenn die Fans rauskommen, wie ihr heute Abend gemacht habt und immer diese Saison haben, macht es einfach Spaß zu spielen. Das ist die einzige Sache, die mir wirklich wichtig ist. Auch spielen und er wusste, dass Göttingen eine Universitätsstadt ist. Die beiden verbindet übrigens noch eine andere Sache, denn Stefan Peno hat keinen Führerschein. Und Luke muss ihn immer durch die Gegend fahren. So, does it work with the driving? What do you mean? Is he a good driver? Do you help pay for gas? No. We go the same route, so... You live together in the same house? Thankfully, not in the same house, but we live next door. I mean, it's easy, I make the drive anyway, so he's a good company to have. But if he takes too long in the locker room after practice, I just leave him and he can find a way home. Sometimes. Then I have Dennis, or Peyton, or Marius. Dann fährt der Luke dann auch schon los. Vielen herzlichen Dank. Thank you very much for being with us. Luke Sigma, Stefan Peno, dankeschön. Tolle Fahrgemeinschaft, danke.